Der gute Andreas sagt, es läuft. Ja, es läuft tatsächlich. Es läuft uns der Schweiß. Fällt mir so spontan ein, auch wenn wir jetzt gerade erst die Anlage angemacht haben. Bisschen spät angemacht. Also das ist das Thema. Wir sind voll klimatisiert. Man muss nur vorher den Knopf drücken. Seid uns sicher, an diesem Samstag haben wir den Knopf gedrückt. 10 bis 16 Uhr haben wir wieder auf. Hallo erstmal. Herzlich willkommen wieder mal bei GrubiTV, unserem Heimkino-Kanal. Wir haben schöne Neuigkeiten. Ich habe was an Software, du hast nochmal was an Hardware-Ergänzungen, beziehungsweise wir sind seit einigen Stunden am Kloppen. Schappert war schon zweimal am Baumarkt, weil wir gerade hier im November einkloppen. Alles hängt mit John Williams zusammen. Ich will kurz ausholen. John Williams, nicht ganz unbekannter, absoluter Star-Dirigent, unter anderem natürlich bekannt mit der Star-Wars-Melodie und mit dem Jäger des verlorenen Schatz und E.T. und weiß nicht was. Also eine absolute Koryphäe. Ich bin ein großer Soundtrack-Fan und muss sagen, dass ich das, wie heißt du, schön noch erleben darf, dass diese Mucke aus den letzten 40, 50 Jahren, sage ich mal, jetzt in Dolby Atmos zum ersten Mal hörbar ist. Und das ist das Thema heute dieses Videos. Das ist natürlich fantastisch. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten darüber berichtet, dass dieses Projekt geplant war. Denn er hat zum ersten Mal in Europa, John Williams, Anfang Januar, noch kurz vor Corona-Zeit, Gott sei Dank, hat er dieses Konzert aufgenommen in der Musikhalle in Wien. Ich hoffe, da habe ich mich dann richtig da. Das ist die gleiche Halle, wo auch immer das Neujahrskonzert stattfindet. Du kennst es, ich kenne es, weil wir dann nämlich ab und an mal auch eine Scheibe mit Auro-3D-Soundtrack haben vom Neujahrskonzert. Ja, und jetzt ist hier also dieses Konzert in Zusammenarbeit auch mit Ann-Sophie Mutter. Das ist auch eine nicht ganz unbekannte deutsche Geigerin. Boah, das ist alles dünnes Eis, wie die mich bewegt. Geiger, das ist doch das Ding hier, ne? Das ist eine Geigerin. Und zwar eine sehr, 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 sehr bekannte. Die hatte also in den letzten Jahren mit John Williams wohl Kontakt aufgenommen und hatte letztes Jahr, da wäre ich gerne dabei gewesen, in München ein Open-Air-Konzert abgehalten oder präsentiert, was auch im ZDF lief, wo sie da schon John Williams Stücke brachte. Naja, und jetzt ist es soweit. Endlich gibt es diese Scheibe von der Aufnahme. Wenn wir mal genau hinschauen, wirst du sehen, was wir was haben am Tonspiel. Dolby Atmos. Ja. DTS-HD. Und DTS-HD zum zweiten Mal. Einmal 2.0, einmal 5.1 und einmal. Dolby Atmos verrät ja nicht unbedingt immer, was drin ist. Das kennen wir auch von unseren Infotasten. Nicht immer sehen wir die Kanäle. Und mit ganz großem Erstaunen und mit einem noch breiteren Grinsen danach haben wir aber auf der Hülle eine Info gefunden, die sich dann auch nachher bestätigt hat. Genau. Hier steht tatsächlich Dolby Atmos, das Trademark A daneben und dann 9.1.4. Und bei 9 bin ich ein bisschen stutzig geworden. Ja. Bei 9, also 5 kennt ihr unten, 7 kennen wir unten, alle schon präsentiert. Aber 9 ist ja etwas, da hat dir dein Herz direkt gehüpft. Genau. Wir haben gestern Abend im Live-Chat noch drüber gesprochen. Front-Wide-Kanäle sind hier wirklich also mit abgemischt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sofort überlegt, wo können wir es ganz schnell umsetzen. Und wir haben es, das können wir gleich nochmal kurz zeigen, im Studio 3 jetzt mal ganz kurzfristig umgesetzt. Weil hier im Kino ist es ein klein bisschen aufwendiger, die Wände aufzumachen und da noch die Front-Wide-Kanäle zu installieren. Aber wir konnten schon mal reinhören und wie ich oft gesagt und versprochen habe, Front-Wide-Kanäle sind ein absoluter Mehrgewinn. Also das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, das machen wir gleich mal. Also ich habe da nur gesessen und muss sagen, Wahnsinn, die Bühne ist nochmal deutlich breiter. Also wirklich toll wie dieses Material, was der Stefan Bock und, das muss ich gleich gucken, ich werde den Namen nochmal sagen, der gute Mann, der noch dabei war und das Ganze mit abgemischt hat. Ja, das, was die da rausgeholt haben. Jetzt nochmal kurz zum ganzen technischen Umsetzen, weil die Leute fragen natürlich zu Recht, ja, ist es denn auch wirklich ein Mehrwert? Ja, es ist eindeutig. Geh einfach mal in irgendeinen Titel rein, von mir aus nimm den Star Wars, den Nummer, was haben wir hier, Nummer 14. Geh da mal drauf. Es ist wirklich so und das ist auch der Unterschied zu der Hans Zimmer. Ich bin auch ein riesen Hans Zimmer-Fan und wir haben immer wieder gesagt, ja, Hans Zimmer, die Dolby-Atmos-Mischung von Live in Prag ist gut, aber sie hat eigentlich nicht so richtig den Atmos-Nutzen genutzt, nämlich diese räumliche Wiedergabe. Also wenn man sich die oberen Kanäle angehört hat, war das verdammt wenig und ganz, ganz leis. Ich habe immer gesagt, das war so, als ob da ein Mikrofon oben an der Decke hing und irgendwie die Hallen-Atmosphäre aber aus großer Entfernung aufgenommen hat. Und das ist hier vollkommen anders. Also hier ist es wirklich wahnsinnig natürlich, sofort mit den ersten Takten zu hören. Und das Schöne an unserer Trinoff ist ja, dass sie ja unter anderem mir auch aufzeigt, was da auf den einzelnen Kanälen passiert. Also man kann nochmal den, ich sage mal, bildlichen Beweis von dem, was man sowieso hört, nochmal direkt sehen. Und das kann der Dennis ja mal kurz reinhalten. Der Andreas soll mir bitte sofort Bescheid sagen, wenn es zu sehr spiegelt, aber ich denke, dann passt das wunderbar. Also wir sehen hier, naja, Full House nicht, weil es eine 9-1-4-Mischung ist, nicht eine 9-1-6-Mischung. Das wäre mit Atmos auch machbar. Das heißt also, unsere Top-Mittel bleiben stumm. Aber ansonsten ist auf allen Kanälen wirklich eine richtig schöne Abmischung drauf. Das Schöne kann man jetzt natürlich anhand der beiden nicht sehen, das können wir aber bestätigen. Wenn ich sage, wir sehen hier auch die White-Kanäle, das waren die beiden hier hinten. Die habe ich in der Trinoff jetzt einfach nur aktiviert. Da ist jetzt leider noch kein Lautsprecher. Also das können wir uns aber drüben anhören. Genau. Aber wir können damit auch einfach mal gegenprüfen, sind die Kanäle denn nun auch wirklich auf der Scheibe da? Und die Antwort ist ganz klar. Ja, wir haben alle Kanäle genau so vorgefunden. Also kein Druckfehler. Wenn ich dann erst einmal an irgendeiner Scheibe einen Druckfehler habe. Aber nicht bei Stefan. Nein, Stefan hat da aufgepasst, denke ich mal. Schön bloß nach München. Das Schöne ist aber eben, und das siehst du ja daran, also eine Sache direkt. Nein, ihr werdet keine einzelne Geige da oben hören oder sowas. Es ist wirklich dieser Raumklang, den ich in so einer wahnsinnigen Halle habe, der ist einfach da. Ja, und das holt ihr euch innerhalb von Sekunden nach Hause, diese Atmosphäre. Das merkt ihr schon am Stimmengemurmel, bevor ihr überhaupt den Taktstock, sag ich mal, bewegt. Merkt ihr schon, ich bin nicht mehr in meinem Wohnzimmer. Das ist alles viel größer plötzlich, wo ich sitze. Also wer schon mal in so einer, ich möchte jetzt sagen, Lokalität war, der kennt das einfach, dass das wirklich umhüllend ist. Ich habe viele, viele Philharmonie-Konzerte selber gehört. Ja. Auch in der Semperoper schon mal habe ich Konzerte eben gehört und so. Und da muss man eben sagen, das passt schon dazu. Und das ist dann wirklich eine grandios gemachte Gesamtmischung. Es ist einfach, die komplette Atmosphäre ist da mit drin. Der Raum, wie er eben dort gemacht wurde, ist grandios mit aufgenommen. Und es ist wirklich mittendrin. Und Gänsehaut von Anfang bis Ende von dem, was ich hören konnte. Ich hatte jetzt keine Zeit durchzuhören, aber es funktioniert. Es funktioniert definitiv. Also wir haben auch, es gibt mehrere Varianten. Wir haben die Variante gewählt, wo man, das habe ich damals so ein bisschen spöttisch schon gesagt, also irgendwie haben die da so ein bisschen beiläufig erwähnt. Ja, wir haben eine CD. Und da liegt noch eine Blu-ray bei. Und für uns ist die Blu-ray eindeutig besser. Also die Pure Audio. Denn es ist eben mit den drei Tonspronen auf der CD, klar, ist in dem Fall natürlich die reine CD mit Stereoton. Aber bei der Variante, die wir anbieten, ist eben die Blu-ray auch dabei. Und dann ist noch ein kleines Booklet dabei. Und alles zusammen, ja, bietet eine Menge Spaß. Man konnte ja schon Eindruck bekommen auf der Veranstaltung, wenn man da live bei war sowieso, aber als man das auf ServusTV vielleicht gesehen hat. Ihr erinnert euch, Pfingsten wurde das Ganze ja präsentiert. Da war es aber nur rein in Stereo. Und das ist dann nochmal eine vollkommen andere Welt. So viel dazu. Jetzt würde ich mal sagen, nicht jeder hat eine Trinoff zu Hause. Wir arbeiten zwar dran, aber viele haben ein Produkt aus dem Hause Dennern und Marant zu Hause oder planen dies. Und jetzt wird es spannend, weil wir sehen, dass es eben doch nochmal eine neue Gerätegeneration gibt, die wir ja schon vorgestellt haben. Und die jetzt hier auch sofort aktiv werden kann, weil sie diese Formate unterstützt. Das gucken wir uns mal nebenan an, wenn der Baustaub sich gelegt hat. So, da sind wir wieder. Einmal kurz schnell rüber gelaufen. Haben mal den 6700er Denon X6700 angeschmissen. Denn das ist jetzt schon die erste Sache, die man ganz klar sagen muss. Front-Wide-Kanäle gibt es ab dem 6700er oder 8015 bei Marant SR 8015. Die Modelle darunter haben keine Front-Wide-Kanäle. Wenn wir jetzt hier schauen, die Scheibe läuft, sollte unser Infofeld uns wunderbar anzeigen, weil hier haben wir wieder das. Wir sehen nicht, was reinkommt, aber wir haben es ja vorhin verifiziert. Front-Wide-Left, Front-Wide-Right. Das haben wir hier aber schön durch die Optikon ergänzt. Also wir haben hier vorne auch umgebaut. Hier standen vorher andere Lautsprecher. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder ein komplettes Optikon-System mit einem schönen Center-Türmchen. Der Grund ist ganz einfach. Hier ist der Hochtöner auf der Höhe von dem und hier ist dann der Hochtöner auf dem. Auch wenn das andere schöner aussehen würde. So ist aber akustisch richtig. Und darum geht es hier. Ja, das sind einprägsame Bilder. Absolut, merkt man sofort. Wir sehen wirklich sofort, dass die Kanäle hier auch angesprochen werden. Und ich habe auch schon mal einen Test gemacht, wo ich dachte, ach, er hat gerade so schön gespielt. Und habe mal einen Star Wars eben eingelegt und habe mal mit Neural X gespielt. Und auch da werden dann sofort die Front-Wide-Kanäle im Abmixing angesprochen. Also das ist dann sicherlich auch mal eine interessante Sache, die man auch machen kann. Stopp, da will ich ja folgen. Du meinst mit Star Wars den Film. Star Wars den Film. Und dann hast du den Abmixer mal gemacht von Neural X und hast gemerkt, aufgrund, und das sehen wir jetzt ja, das Layout ist ja jetzt bei dem 6.700 zur Auswahl. Und jetzt gucken wir mal, weil jeder, der jetzt noch mitgerechnet hat, wird sagen, Moment mal, dieses Gerät hat doch 11 Endstufen. Richtig. 9 und 4 sind 13. Jetzt wollen wir nicht euch durcheinander bringen, deshalb die Aufklärung. Wir haben im Moment hier stehen jetzt 7. 5 und 7. Standard vorher. Standard vorher 5. Und haben die um 2 Front-Wide, 5 plus Front-Wide ergänzt. Genau. Das ist der und das ist der. Das heißt, plus die 4 macht 11 und 11 interne hat er. Genau. Also interessant ist, wenn man mit 7.1 in der Vergangenheit gesprochen hat, hatten wir natürlich nie über Front-Wide gesprochen, sondern da hinten die beiden gehabt. Genau. Jetzt reden wir von 7.1, die wir hier haben, aber meinen in dem Fall die beiden Front und haben dann die vier da oben. So, und das kann der 6.7er. Er kann aber auch mehr. Und deshalb habe ich diesen Lautsprecher in der Hand. Und das ist hier ein Einbau-Lautsprecher von DALI. Dieser Lautsprecher, das ist ein, dass wir nicht lügen, H60 ist das. Das ist das quadratische Teil. Es gibt das Ganze auch nochmal kreisförmig. Und jetzt drehen wir uns mal langsam, weil hier hinten, seht ihr, haben wir gerade zwei Löcher geboren. Ich habe heute Mittag ja schon eine Meldung gemacht, hurra, wir können Front-Wide zeigen. Da waren es aber noch die 7 normal mit den 4. Und ich werde gleich nochmal eine Meldung, glaube ich, machen können, weil dann kann ich sagen, hurra, wir können jetzt tatsächlich auch die 9 machen. Weil das ist jetzt hier, die sollen hier rein. Das wird jetzt hier heute noch alles passieren. So muss es sein. Den Hochtöner wollen wir natürlich da oben haben. Einmal links, einmal rechts. Aber jetzt kommt hier die Rechnung. Da fehlt mir doch was. Genau. Da fehlen mir dann zwei Endstufen. Die habe ich dann nicht mehr. Und die muss ich dann eben dementsprechend extern zuspielen. Aber wer das Ganze schon mal hier bedient hat, der müssen wir einmal ganz kurz schauen. Und machen da den 13-Kanal. Und jetzt geht es eben los mit Front-Wide. Jetzt müssen wir uns einmal die Konfig suchen. Surround, Back und Front-Wide. Und dann spuckt er uns automatisch aus, dass die Front-Wide doch bitte schön über den Pre-Out, also über die externe Endstufe laufen soll. Genau. Wenn mir das nicht zusagt, kann ich mir hier unten noch eine eingeschränkte Auswahl aussuchen. Dann können wir zum Beispiel jetzt auch sagen, dann können wir auch die Front mit der externen, vielleicht sogar besseren noch, kraftvolleren Endstufe versorgen. Was wir hier sicherlich dann auch machen werden, denke ich mal. Und dann haben wir nämlich wirklich die Front über die externe Endstufe. Alle zusätzlichen Lautsprecher über die internen Endstufen. Da kann ich also nur zwischen A und B wählen. Aber immerhin kann ich das so verteilen. Nächste Frage. Ich sehe unten Atmos, DTS-X, Auro 3D. Das Layout ist für alle drei Tonformate geeignet. Da sind wir wieder am Anfang von vielen, vielen Vorführungen, Präsentationen. Es ist jetzt möglich, wirklich mit einem einzigen Knopfdruck bei den Surround-Modis den jeweiligen Modus zu wählen, ob das Original ist oder ob das hochgerechnet wird. Was aber nicht geht, die Frage ist wahrscheinlich auch schon in der Kommentarspalte über YouTube drauf oder bei Facebook. Wir können keinen Voice of God jetzt einsetzen und keinen Center-Height, wenn ich Auro nochmal machen möchte. Genauso wenig auch die. Also das ist jetzt diese Einstellung, die mit dem 6-7er geht, was eine Menge ist bei einem 6-7er, wie ich finde, wenn man mal die Preis-Leistung alles sieht. Also da ist noch, und das haben wir ja auch gesagt, und hier ist direkt schon der Praktische, dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell ein praktisches Beispiel haben. Gestern haben wir noch bei Front White auch noch, wie du schon sagst, gesprochen. Genau, im Chat auch gesprochen. Und heute haben wir die Scheibe da und wir wollen mal gucken, was wir in den nächsten Tagen und Wochen noch an Erfahrungen sammeln. Weil du hast es gesagt, ich kann es eben, wenn das Original da ist, schön, wenn ich aber jetzt mit Neural X arbeiten möchte, werden diese Kanäle auch alle unterstützt. Genau. Was ist mit Auro? Auro unterstützt Front White nicht. Richtig. Hat es nicht im Einsatz, werden demnach deaktiviert, aber alle anderen Lautsprecher sind dann weiter aktiviert. Bei Dolby Surround müsste ich es jetzt mal prüfen, sage ich ganz ehrlich, aus dem Kopf gerade nicht. Und wir müssten auch noch gucken mit der DTS-X Variante Neural X, die wir jetzt haben. Das sollte ja noch nicht die Pro sein. Dann werden wir mit den Surround Back auch an unsere Grenzen stößen, weil Neural X bis jetzt ja nur 11 Kanäle kann. Erst mit dem Pro Update werden wir dann alle 13 Kanäle nutzen können. Ja, also die Lautsprecherfirmen freuen sich. Ein Haushalt, 13 Lautsprecher, das wird demnächst die Regel. Ja. Na, gucken wir mal. Aber wir hatten heute Mittag ja schon eine kleine Premiere. Drei Besucher waren ja hier, die hatten das zum ersten Mal hier hören können. Und ja, sie haben doch nicht schlecht gestaunt. Das hat ihnen, glaube ich, gefallen. Ich glaube auch. Ja, das war es schon. Also, ihr wollt euch jetzt einfach mal auf den aktuellsten Stand bringen. Wir sind jetzt hier im August 2020 und der nächste Schritt ist getan, was die Tonformate angeht. Und ja, wir haben innerhalb von wenigen Minuten, Stunden hier sofort reagiert und haben unser Studio umgebaut, damit ihr das auch ab morgen, übermorgen, das heißt Freitag oder in dem Fall jetzt Samstag, denn wir haben wieder von 10 bis 16 Uhr geöffnet, Sommerferien sind vorbei. Und dann könnt ihr euch das Ganze hier in diesen wunderschönen klimatisierten Räumlichkeiten hören. Und genügend Masken haben wir auch noch dabei, wenn ihr die nicht dabei haben solltet, weil das müssen wir im Jahre 2020 immer noch alles berücksichtigen. So sieht es aus. So, ich würde sagen, du feierst deinen Hochzeitstag. So sieht es aus. Der wird jetzt auch cool, der feiert Hochzeitstag, aber es gewittert auch draußen. Uh, mal gucken wir mal. Das ist Applaus. Das ist Applaus, genau so ist es. Und der Biergarten war sowieso zu. Ja, und wir machen hier weiter und bohren noch ein bisschen, beziehungsweise Schaum noch ein bisschen, beziehungsweise ich gucke zu, wie die das machen. So ist es. Ich wünsche euch allen, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns bis die Tage. Und die Scheiben sind alle bei uns im Shop verfügbar. Ab sofort. Vielen Dank auch nochmal an das Team um Christoph, der uns da ganz kurzfristig geholfen hat, dass das auch alles right on time funktionierte. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.